Wir haben etwas für euch. Eine kleine Überraschung. Und unsere Überraschung lautet, komm doch mal nach vorne. Wir haben etwas für euch. Die Jury hat sich entschieden, euch einen Nachwuchspreis zu verleihen für das hohe Niveau und die gelungene Umsetzung des Tanzes in eurer Altersklasse. Dazu erhaltet ihr die beiden Urkunden, das hier, da habe ich einmal draufgekommen, das steht drauf, hat am größten deutschen Amateur-Tanzfestival Deutschlands erfolgreich teilgenommen und den Nachwuchspreis 2010 ertanzt. Das steht auf der Urkunde, aber das ist ja noch nicht alles. Denn Nicole hat noch etwas für euch, nämlich diese schöne Skulptur, die eigentlich diesen Nachwuchspreis ausmacht. Der ist übrigens von der Hildegard Brill gestaltet worden, einer Duisburger Künstlerin, und der gehört euch. Das ist euer Nachwuchspreis. Bitte zersägt die Skulptur nicht, sie sollte ganz klein, eben sie euch schön auf. Ich danke euch ganz herzlich, es war mir eine Freude, euch auf der Bühne zu haben. Dankeschön. Vielen Dank. Can I just ask you one, what does it feel like when you're dancing? I can't really explain it. I haven't got the words. It's a feeling that you can't control. I suppose it's like forgetting, losing who you are. But at the same time, something makes you whole. It's like that there's music, playing in your ear. But the music is impossible, impossible to hear. But then I feel it move me, like a burning deep inside. Something burst in me, wow, impossible to hide. And suddenly I'm flying, flying like a bird, like electricity, electricity, sparks inside me. And I'm free, I'm free! And I'm free! And I'm free! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020